Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Bay, The Legend of Zelda Majora's Mask. Im letzten Part habe ich wieder ein wunderbares Herzteil bekommen. Ich habe mich dazu breitschlagen lassen, tatsächlich dieses Dekospiel zu spielen. Und ich musste 10 Sekunden, was, 10,0 Sekunden auch noch abpassen. Aber dank einer wunderbaren Unterstützung habe ich das natürlich geschafft. Yay! 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 Wuhu! Okay, ähm, ja, dann wollen wir jetzt mal weitermachen. Ich will jetzt mal gucken, wann dieser Dieb denn kommt. Und vor allem, wo der kommt, das weiß ich auch nicht. Wo könnte ich dir helfen? Wobei, wo... Ja, wo schätzt du? Ich schätze mal, der wird hier irgendwo kommen. Vermute ich jetzt einfach mal. Falsch! Weil hier auch der Kuriositätenladen ist und so. Aber ich liefere tatsächlich nachts mal längst, ne? Boah. Nee, nee. Da nichts. Also bin ich hier falsch, oder was? Oh! Äh, okay, dann... Bin ich im ganzen Viertel falsch, oder was? Ja. Oh. Äh, boah. Sagen wir es mal so. Welcher Stadtteil wirkt für dich am abgelegensten? Ich weiß schon, wo du meinst. Das wäre jetzt meine nächste Idee nämlich gewesen. Okay. Nicht, weil es der abgelegenste ist, sondern weil es, äh, weil es da zu Karfei geht. Du meinst hier, oder? Beim Waschplatz. Äh, nein. Fuck! Ich hab' ne andere Idee. Ich hab' dir jetzt ja schon, äh, ein paar Tipps gewähren. Und man kann den Dieb auch schon nachts irgendwann irgendwo rumstehen sehen. Also du musst ihn eigentlich nur suchen. Und wenn du ihn gefunden hast, musst du nur warten. Sagen wir es mal so. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie der aussieht. Okay. Aber gut, ich erkenne ihn sicherlich an dem Rucks, an seinem, äh, Sack, den er da über die Schulter... Oh! Oh! Ist das nicht der Dieb? Oder? Das ist doch der Dieb, oder? Ja, das ist der Dieb. Okay, ich hab' ihn schon gefunden. Das ging schnell. Ja, war jetzt nicht sonderlich schwer, ne? Nicht wirklich, nein. Oh, Mann. Jetzt hast du es erstmal warten. Jetzt müsste sich dieser Dieb echt verarscht vorkommen. Komm, mach mit, Dieb! Vor allen Dingen dürfte er sich auch überhaupt nicht beobachtet fühlen. So, rein gar nicht. Dieb, komm in meine Mannschaft! Du wirst aber nicht rekrutiert, ne? Du bist ein Dieb! Wir nehmen keine Diebe auf! Nur die Diebe meines Herzens! Ich liebe diese Maske! Das ist aber auch echt ein komischer Typ, ne? Ah, diese Maske ist einfach nur noch geil! Die auch cool! Es ist die beste Maske im ganzen Spiel! Es gibt keine zwei Meinungen! Nicht mal die Zora-Maske ist so cool! Was? Du stehst nicht auf die Schweins-Maske? Oh doch, total! Die ist natürlich saugeil! Ich liebe es auszusehen wie Gannon! Also ich finde ja nicht, dass Gannon-Dorf aussieht wie ein Schwein! Äh, ich sagte Gannon, nicht Gannon-Dorf! Achso, Gannon? Sieht der aus wie ein Schwein? Nein! Gannon ist ein Schwein! Hä? Schnuffelchen Gannon ist ein Schwein! Das weißt du schon, oder? Nö, ich komm grad nicht hinterher! Du hast doch Acooine of Time gespielt! Ja! Und der letzte Boss! Du kämpfst erst gegen Gannon-Dorf, dann stößt das Schloss ein und dann... ...kämpfst du gegen Gannon! Und das ist ein Schwein? Das ist ein Schwein! Echt? Ja... Oh! Ja, weißt du, Ocarina of Time, das ist lange her, dass ich das gespielt habe! Wobei ich hab... Und den Twilight Princess kennst du auch gegen Gannon! Das ist eben noch ein Schwein! Und in der Link to the Past kennst du auch gegen Gannon! Und auch dort ist es ein Schwein! Okay, ich sag ja schon nichts mehr! Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich Twilight Princess... ...so noch nicht ganz komplett durchgespielt habe! Ich bin quasi kurz vor dem Schluss! Aber diese Schattenwelt, ne, die macht mich fertig! Ich bin grad auch wieder im Teil der Schattenwelt und... Och, das ist ne Qual! Ich find diese Schattenwelt einfach nur scheiße, wenn ich das mal auf gut Deutsch sagen darf! Es ist extrem schade, sag ich jetzt mal, dass du's noch nicht durch hast, aber ich kann's verstehen, denn die Schattenwelt ist wirklich mehr als ne Scheiße in dem Spiel! Ich find's anstrengend! Die Schattenwelt ist in dem Spiel absoluter Bullshit! Wenn die Schattenwelt da nicht wäre, wäre es definitiv mein Lieblingszelder! Aber definitiv ohne, da gibt es keine zwei Meinungen, dann wäre das definitiv mein Lieblingszelder! Übrigens, ähm, ich muss kurz, äh, ja, weil, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen! Hm? Geht ruhig kurz zu Ende! Ich hab eh schon wieder vergessen, was ich sagen wollte! Sorry! Ich wollte kurz einwenden! Ich gebe dir einen Tipp, du musst das verhindern, was passiert! Autsch, pass auf! So, jetzt musst du gleich was tun! Halt, Dieb! Oh Gott! Das machen wir anders! So! Unternimm was! Los, schnell! Wo ist er denn? Da! Komm her! Äh, ja? Wie nehm ich das auf? Hallo? Ich will das doch... Hallo! Achso! Das war's? Das war's? Okay! Ich danke dir! Du hast ihn vertrieben! Jetzt können wir in unserem Laden endlich größere Bombentaschen anbieten! Äh, vielleicht stelle ich sie schon morgen ins Schaufenster! Äh... Ah, ich muss dir wohl danken! Es war eine gefährliche Maske! Aber du kannst damit auf dem Karneval dein eigenes Feuerwerk machen? Ja, Bomben! Ja! Halt! Du hast die Kaboom-Maske erhalten! Drückst du C, um sie aufzusetzen! Was drückst du B, erschüttert ein ordentlicher Wumms! Deine Umgebung! Der Preis dafür ist allerdings ein Teil deiner Energie! Danke, dass du mir geholfen hast! Pass auf dich auf! Oh, die alte Dame wurde ins Notizbuch eingetragen! Schön! Äh... Übrigens habe ich den Verdacht, dass du die größere Bombentasche ja schon in dem Kuriositätenladen illegal gekauft hast! Hab ich auch! Das heißt, du brauchst sie der alten Dame leider nicht mehr abkaufen, weil du sie ja quasi im Kuriositätenladen gekauft hast! Boah! Und jetzt geht's ja nicht mehr! Was, echt? Die geht jetzt nicht mehr! Hä? Hä? Ich kann nicht... Oh! Au! Das braucht einfach nur ein bisschen! Die braucht einfach ein bisschen, um sich wieder aufzuladen anscheinend! Du weißt schon, dass du dich gerade zerstörst! Mir doch scheißegal! Ich kann mich selbst in die Luft jagen! Das Gute ist, du brauchst nie wieder Bomben! Du musst halt nur Herzen... Seht her, Leute! Seht her, Leute! Ich bin Taliban-Link! Ich bin Taliban-Link! Das ist ja auch echt herrlich! Äh... Oh! Oh! Mir fällt was ein! Renn mal schnell raus! Mir fällt auch was ein! Ein Kind! Taliban-Link ist schon zur Rettung! Gott! Jetzt renne raus! Renn raus! Raus aus der Stadt! Raus! 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 So, ja, blablabla, lass mich schon durch! Jo! Du bist sogar auch schon richtig! Äh... Ja, ist gut! Entweder... Geh mal nach links! Komm her, Taliban-Link ist zur Stelle! Halt, 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 halt mal bitte ganz links da, äh... so... Quasi... An der... Begrenzung! Das macht Spaß! Äh, ganz links, okay! Ja, aber... Ganz... Oh, rechts, Entschuldigung! Ich hab nur links und rechts Schwäche! Geh wieder rechts, rechts, rechts! Und dann wieder zurück! Da an dieser Wand längs! Warte, warte, drehe ich nochmal... Äh, geh mal... Kletter da mal kurz hoch! Ich muss mal kurz da runter gucken! Sag mal, was ist das für Musik, die hier ist? Guck mal bitte nach vorne da so in die Richtung! Nein, in die andere! Da! Genau! Schaffst du das, darüber zu kommen? Nö! Doch, irgendwie musst du darüber! Doch, gehen wir... Ich hab mich schon... Ich hab mich schon... Ich hab mich schon... Genau, von... einer günstigen Position kannst du, glaube ich, darüber springen! Ja, dann bin ich für die Hasenhund! Hä, gesack! Jawoll! So, jetzt sprech mal mit dem Typen! Ih, der hat nur eine Unterung dran! Nicht länger bin ich ein Teil des Lebens! Ich bin traurig wie der Mond! Mein Tanz konnte ich nicht schenken der Welt! Die Übersetzung, ich bin sauer, ich bin tot! Was? Er ist tot? Okay! Ich bin ein tanzender Zond! Ja, echt! Ich glaub, der will mich einfach nur geil machen! Deswegen trägt er nur eine Unterhose! Ist halt die Frage, ob dich das geil macht! Aber es ist deine Lieblingsfarbe! Lila! Hm! Hm! Vielleicht weiß ich auch einfach nur, dass du mit dabei bist! Hm! Du magst Lila! Hm! 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 Ich glaub mal, wenn das hier jemanden geil macht, dann dich! Hallo! Hast du den mal bitte angeguckt? Ja, hallo! Er hat... Er hat doch eine wunderbare, sexy Figur! Pfff! Äh, mach mal lieber weiter! Oh, mein Verlangen war es, die Welt durch mein Tanz zur Einheit zu führen! Zur Einheit gegen Polen! Ähm! Ah! Die Übersetzung hätte ich nicht so viel gelabert, sondern Tanzstunden gegeben, müsste ich jetzt nicht so viel Schwachsinn reden! Haha! Na, wenigstens zieh das ein! Ja! Der geisterhafte Tänzer Camaro wurde ins Notizbuch eingetragen, mit dem kann ich sicherlich irgendwas mit den anderen tanzen Schlampe machen! Okay, jetzt gucken wir doch mal! Jetzt warte mal! Wer ist das? Ah, das ist die alte Oma! Okay! Cool! Sehr gut! Sehr, sehr gut! Okay! Genau! Äh, das ist der alte Opa! Ach, der tanzte jeden Abend! Ja! Hm! So, so! Ich überlege nur gerade, wie war das jetzt? So, dann renne ich jetzt mal zu den Damen! Vielleicht kann ich denen ja irgendwie von dem erzählen, weißt du? Nein! Du musst bei ihm irgendwas machen, glaube ich! Echt jetzt? Ja! Sicher? Ja! Ja! Okay! Und was? Red nochmal mit ihm! Irgendwie hat mich das gerade nicht zufriedengestellt! Frauen! Dann will ich aber, dass die Zeit ein bisschen langsamer vergeht, weißt du? Ach so, ja! Dann habe ich ein bisschen mehr Zeit für ihn! Oh! Oh! Du wirst dich mit ihm beschäftigen! Mh! Okay! Intensiv! Ah! Herrlich! So! Mein lieber alter Opa, jetzt komm her, jetzt werde ich mich intensiv mit dir beschäftigen! Oh, das ist ja auch schon hier! Die ganze Abend! So! Wir reden nochmal mit ihm! Hallo! Nicht länger bin ich Teil Sims! Ich bin traurig! Meine Mama! Okay! 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 Okay, warte dann! Hol mal die Ocarina raus! Vielleicht kannst du ihm irgendwas vorspielen oder so! Hä? Wie kriegt man das so noch? Ja! Muss ich! Es kam gerade so! Was soll ich ihm zu vorspielen? Äh, dann! 5 Meter Zeit! Nein! Lieb der Befreiung? Geh mal runter da, von der Plattform! Aber... Ich soll ihm doch... Ich soll ihm doch was vorspielen! Ja, du kannst es gerne nochmal mit der Sonate des Erwachens oder mit dem Lied der Befreiung oder so versuchen... Weil es hat so... Weil es hat so... Ja, ich weiß! Aber mir fällt gerade noch was ein! Aber probier erstmal Lied der Befreiung und Sonate des Erwachens! Aber was anderes ist es glaube ich nicht! Okay, es war schon richtig! Ja! Okay! Sehr gut! Ja, er ist ja ein bisschen unzufrieden mit sich! Da passt das ganz gut! Lass mich raten! Ich bekomme von ihm eine Maske und dann kann ich voll übelst krass tanzen! Ähm! Ich sag das nicht! Einen Tanz ich über das Antlitz der Welt verbreiten! Leere ihn meinen zukünftigen Jüngern! Ah! Ich habe ihn dir beigebracht, also sorg jetzt dafür, dass der Tanz ein Hit wird! Okay! Okay! Das schaffst du! Du hast Kamaros Maske erhalten! Und so was nun die Welt an Kamaros einzig am Tanzen mit Heil haben zu lassen! Blablabla! Möge seine Kunst die Herzen der Zuschauer erfreuen! Echt zählhaftig! Ja! Tolle Übersetzung! Okay! Ich bin sein Nachfolger! Wer das ist! Er ist wirklich ein Geist gewesen! Ich habe noch Zeit! Ich renne es schnell zu den Damen! Ja! Dann Mann schnell! Ja! Ich habe noch eine Stunde! Eine Stunde habe ich jetzt noch! Jetzt lauf Link! Siehst du und jetzt weißt du wofür die Hasenohren gut sind! Ja! Wenn es mal wieder hier schnell gehen soll! Äh! Wo sind die? Wo sind die? Da drüben! Hier! Da! Nein! Die waren da drüben! Da drüben waren die! Ja! Genau! Sie tanzen noch! Störens nicht! Aber ich kann doch besser tanzen als hier! Äh! 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 Ah! Die Wache denkt sich nur wo sie in welches Körperteil sie mir den sperren als erstes herrampeln! Guck sie dir an! Guck sie dir an! Das ist doch nicht geil! Die sind halt jetzt geil auf mich! Ja! Und jetzt gehen sie halt schon mal auf die Knie! verlassen wir das Thema! Das du uns diesen Tanz beigebracht hast! Wir sind jetzt Hunde! Wuff! Du bist unser Meister! Das ist schön! Oh! Schön! Das bedeutet neue Herzcontainer! Sehr gut! Meister ist halt großartig! Ich weiß dass ich großartig bin! Und jetzt siehst du halt dass sie deinen Tanz tanzen! Okay! Ähm! Das hat sich! Das hat sich! Das hat sich! Dann wart! Ne! Warte mal! Du hast doch gesagt dass irgendwas bei ihm war! Nachdem jetzt hätt ich eben hier! Du weißt! schon! Wenn ich es verhindere dass er klaut! Ja! Soll heißen am letzten Tag ist dann bei ihm was! Ich glaube so was! Sehe ich ja dann! Muss ich den am zweiten Tag dann auch aufhalten dass er nichts klaut oder so? Nö! Okay! Er klaut nur einmal nachts! Die Oma! Das ist die Oma! Da hast du gesagt der kann ich noch nicht! So das bedeutet eine einzigen einen einzigen Charakter habe ich noch nicht! Und das ist der! Einen hast du nicht! Nur einen! Der hier! Ja! Der einzige hier! Den habe ich noch! Ich glaube der fällt mir ein! So ein bisschen Zeit haben wir ja noch! Ähm! Okay! Reite mal zum Ikana! Ja! Nach Ikana da! Mhm! Ich glaube da ist jemand den du noch nicht hast! Gott ich liebe dieses Liefs! Na mein Eponalein! Aber jetzt will ich... Falsche Richtung! Oder wo willst du hin? Ja das habe ich auch gerade gemerkt! Äh! Ich will vorher noch was ausprobieren! Okay! Etwas das ich schon die ganze Zeit ausprobieren will! Äh! Das war zu wenig! Ach! Scheiße! Das will ich gerade ausprobieren! Weil ich habe schon die ganze Zeit da diese Schanze bemerkt! Mhm! Und das will ich jetzt ausprobieren! Yay! Und es hat mir gar nichts gebracht! Schön! Dachtest du es gibt im Flug ein Herzteil oder was? Ich sage darauf jetzt nichts! Ich habe es einfach mal gehofft! Oder dass da wenigstens irgendwas ist! Keine Ahnung! Ja jetzt wird halt der Bildschirm immer kleiner und so! So! Okay! Reite mal nach Ikana! Dann könntest du theoretisch das mit dem Skelett auch nochmal ausprobieren! Wenn du eh da bist! Stimmt! Ich meine zu verlieren hast du ja nichts! Richtig! Außer dass du es verkacken kannst kann dir nichts passieren! Eben! Und ich kann mir die Zeit eh zurückdrehen also! Also wen kümmert sich ich glaube hier war das! Gott das kotzt mich so an wenn der Bildschirm immer kleiner wird! Naja kriegst du schon hin! Trotzdem ist es nervig finde ich! Das lenkt mich total ab! Ah da kann ich nicht drüber springen können! Ich habe meint dass ich da auch drüber springen kann! Dämmerung des zweiten Tages! Wunderbar! So! Ja! Okay! So! Der alte Opa! Der wollte ja voll krassen! Stell dich mal hier hin! Fällt dir hier irgendwo was auf? Warte kurz wo ist meine Maske? Da ist meine Maske! So! Was für eine hübsche Maske! Ah! Woher? Von Basile! Von Basile! Da habe ich das Pferderemmen doch gemacht! Oh! Okay! Was los? Was waren die denn für Geräusche? TINGEL! TINGEL! Das ist ein Ufer dieses Flusses! TINGEL! Ich meine wenn er schon so fragt! Alter Verwalter! Okay! Ähm! Ich bin jetzt aber dafür dass du... Vorsicht vor Octoroks! Willst du dich jetzt essen? Okay! Ist doch schon nichts mehr! Was denn? Ich merke schon du witzig hier umsehen! Darf ich nicht? Doch! Klar! Alleine darf ich nicht! Komm! Schieß! 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 Die Zeit ist da jetzt langsam gestellt dann ist okay! Ich will mich halt noch ein bisschen umschauen! Ich bin froh dass ich hier jetzt bin! Naja! So habe ich Pfeile dabei zufälligerweise? Ja! So! Dann kümmern wir uns jetzt mal um den Octorok! So! Okay! Äh! Baum! Kann ich mit Baum reden? Baum! Hä? Nein! Nein! Ich baue! Du willst mit einem Baum reden! Ja hätte es sein können! Ich habe jetzt gemeint dass da vielleicht so ein Geist drin ist! Wegen der Maske! Du könntest eigentlich aus Spaß echt mal nachfra- äh hier sagen! Ja! Du darfst dir das Schwert angucken! Dann kannst du das wahrscheinlich am nächsten Tag im Kuriositätenladen wieder kaufen! Nein! Ich wette! Ich gebe mein Schwert nachher! Ich gebe mein Schwert nachher! Hallo! Aber das hole ich mir im nächsten Part! Unbedingt würde ich jetzt mal sagen! Das herz lasse ich mir natürlich nicht entgehen! Also gut Leute! Das war dann mein Let's Play! The Legend of Zelda Majora's Mask! Mit Kaju! Für heute! Ich danke euch fürs Zusehen! Und bis zum nächsten Mal! Tschüssi! Tschüssi! Ciao!